Ich hab den. Cool. Ich hab Bodenberührung gehabt, aber ich fliege noch. Fliege es doch? Sehr gut. Kurz angetitscht. Oh Mann, sehr geil. Und jetzt seh ich grad die Hand noch. Jetzt hab ich wieder Bild. Das war grad völlig weg. Du darfst also bei dem Hügel hinten nicht zu tief gehen, ne? Ja, ja. Jetzt hast du doch voll Blockade. Ja, das war eben nahezu komplett weg, aber... Ich hab dich noch gefangen. Ich seh jetzt immer wieder... Wahrscheinlich ein bisschen stück vor dir, weiß ich nicht. Ja, ich bist so 10 Meter vor mir. Okay, ah cool. Ich geh rechts. Einfach so durchziehen, ja. Ah, hier ist dann rechts. Die Limmel. Ach, sorry. Nachtmeng. Das ist der Limmel. Hahaha. Wenn du das Licht nicht hättest, du wärst weg. Ich hab dich jetzt wieder. Sehr cool. Also bringt das auf jeden Fall was. Das bringt 100% was. Ja. Ich bin ja irgendwie... Würd ich mal gern für diese Seite. Das muss ich aber erstmal langsam antesten nächstes Mal. Mal schon von der anderen Seite in den Baum fliegen. Ach so. Ah. Ich hab eben irgendwas gehört irgendwo. Hm. Menschen. Ach so. Nicht, dass wir jetzt... Ja, nicht hier. Okay. War relativ nah zu uns irgendwo. Ah fuck. Wieder? Ja. Fliegt er immer zu niedrig. Ich blöde. Ja. Ja. Ja.